Willkommen zurück zu einer neuen Folge Die Sims 3. Jo, ich würd sagen wir spielen jetzt hier weiter. So, ne ich will ja mal dem Kind gar nichts beibringen. Ich will mal wissen was dann anders ist. Jo, der Schulbuch ist gut, da können wir auch ein bisschen Hausaufkommen machen. Das passt so weit. Soziales fehlt aber auch gar nicht mehr. Stopp. Kannst danach die Toilette benutzen. So. So. Oh, dann ist das auch geklärt. Jetzt würd ich sagen wir seien mal kurz. Genau. dann machen wir mal hier Flasche geben, Windel wechseln und dann würde ich mal mit dem Kind hier hingehen Vielleicht ist sie bis dahin auch wach hier, perfekt Du Dombies! Hessisch, wie gut! Ich kann nicht so gut! Das war so ein Dich. Ich darf doch nicht das Gimheiten singen! Okay, cool! Das gibt es nicht! So, jetzt geh mal bitte mit dem Kind im Arm aus dem Zimmer raus. Und jetzt möchte ich gerne das Zimmer bearbeiten. Jetzt klappt's. Wunderbar. Das ist doch mal schön. Ähm, ja. Erstmal würde ich sagen, wir gucken nach dem Möbel. Mein Plan sieht vor. Das weiß ich nämlich auch nicht, was mein Plan vor ist. Das ist erstmal alles raus. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann, hab ich so gedacht, die Kinderbetten hier. So, ne. Bin ich jetzt nicht schlecht. Dann das große Bett. So, drüben. Der fällt mir auch. Der Tisch. Hier hin. Äh. Hm. Der Schrank. Keine Ahnung. Ja. Ja. Sieht schlecht aus. Ähm. Der Schrank. Der Schrank. Weil die jetzt eigentlich ne Wand dazwischen ist. Okay, mach mal was anderes. Ja, auch nicht zurecht. Äh, sowas machen wir jetzt wieder auch, gell. Den lassen sie uns auch bis vor. Perfekt. Das ist ja auch nicht ewig die Zeit, als die Kinder klein sind. Ähm. Er kann das Kind jetzt eigentlich mal... Das Kinderbett leben. Perfekt. Und dann kann ich eigentlich mal... Ich bin ja zu Hause, ne. Eigentlich mal trainieren, ne. Und dann kann ich ja zu Hause sein. Ja. Ich bin ja zu Hause. Oh, oh. Ich bin ja zu Hause. Ich bin ja zu Hause. Ich bin ja zu Hause. Oh, oh. Er muss jetzt zuhause bleiben, wenn sie jetzt weg geht, ne? Jo, so wird's wohl aussehen. Er bleibt zuhause, macht Fitnessübungen und... Jo, ich würde sagen, das kann man auch versippen. Oh, ich würde ja immer gerne ein Level abhauen. Das fände ich sehr vom Vorteil. Dann würden wir vielleicht auch wieder befördert werden, und dann würde vielleicht noch ein bisschen Geld hier reinkommen. Oh, das ist doch ewig. Das sieht doch schön wie die Schattenwende. Baby schreit. Aber welches? Oh ja, jetzt. Ja doch. Hier. Und so die Wände wechseln. Flasche-Tier. Wie, wie, wie? Überklauen. Richtigkeit nicht. So, aber? Ja. Das könnte jetzt nicht reinkommen. Oh nein, nein. Oh nein, nein. Beide ich jetzt so. Wir nehmen das als Krieg. Nee, der Nuät selbst stimmt. das ist Da können wir jetzt mal kurz zu ihr zappen und machen sie gerne hier hin. Hier will ich. Wenn ihr die auch durch den Park laufen könnt. Gut, sie macht das jetzt erstmal alleine. Ich würde hier gerne mal zuhause, da stand ja jetzt irgendwas mit Schaumbau. Hier ist nur Feuerwerk. Hä? Keine Definition, ne? Ich hab gedacht, es gibt hier... Was ist das? Das ist waschmittel, das aussieht. Hier, haben wir's doch. Krieg ich das jetzt auch rüber? Okay, haben wir denn? Ich glaub, da können wir zweimal machen. Vielleicht sogar dreimal. Oh, was soll der Geilz? Okay, ne. Auch nicht so viel. Einmal. Oder zweimal. Erstmal testen. Dann... Ich hab's weggekauft. Haben wir das gemacht? Und jetzt... Ach, die sind befreundet. Die sind aber auch schön. Könnte sie ja eigentlich mal hier für Geld spielen, ne? Ich weiß nicht. Das trifft sich da nämlich ganz gut. Das ist die Gitarre. Hm. So, wir gucken mal zu Hause. Was macht er jetzt? Eigentlich sollst du jetzt noch fertig Sport machen, ne? Würde ich mal so sagen. Aufhören. Erstmal... Nutzige Winde wechseln. Aufhören. Kuscheln. Jetzt... Umgekehrt. Und... Ich glaub auf Kolobenabsätze machen kann ich erst mal meine... Ich geh'n Treffer. Guck er raus, steh. Hm. Wart nicht so ganz süß denn nicht, was ich gemacht hab, ne? Und dann kann man hier... Rayleigh... So, sie ist ja irgendwo zu Besuch, glaub ich. Bei den Nachbarn. Okay. Sie ist übelst gestresst und so. Kann man da nicht irgendwas gegen tun? Ja, zum Beispiel das. So. Das passt. Das passt. So. War jetzt nicht der Plan, aber wir können hier mal gucken. Einige Zuhörer, das ist gut. Ich geh' es vielleicht ein bisschen krängeln. Oh. Das ist gut. Was? Was? Was wollen wir denn machen, dass dieser Typ, der hier irgendwo vielleicht rumgeistert, mitspielt? Wow. Cool. Wir haben eine Fähigkeit Dingens allein und... Äh... Übergestiegen. Draußen. Okay. Ähm... Warum nicht? So. Wie geht's hier voran? Das müsste eigentlich auch gleich klären, ne? Das weiß ich nicht. Das geht aber nicht. Entschuldigung. So. Hat's das auch. Das läuft. Oh. Wild. Wart? Ne? Wart? 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 das war nicht so viel hm ach das dauert aber ewig hatte ich ihm nicht sogar die Fähigkeit gegeben dass er schneller wachen kann kann das sein dass das ja alles so ein Effekt ist oh liegt das daran immer schon so hochläufig so kommen wir mal hier in den Haushalt ups oh 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 wow ja 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 ja